Mein Name ist Harald Nikuta. Als Senior Partner bei Control Risks bin ich hier Ansprechpartner für Zentral- und Osteuropa. Control Risks, wer ist das? Wer sind wir? Was sind wir? Wir sind eine international agierende und damit für Sie global leistungsfähige Eigentümergeführte und damit im Gleichklang weltweit handelnde Risikomanagementberatung. Wir fokussieren im Wesentlichen auf drei Bereiche. Erstens darauf, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, sicher, regelkonform und in einer widerstandsfähigen Art und Weise ihr Unternehmen zu führen und zu entwickeln. Zweitens, wir sind in den herausfordernden Momenten häufig Krisensituationen für unsere Kunden da. Und drittens, wir unterstützen sie bei ihrem Wachstum. Und das tun wir weltweit. Wir sind sowohl für Unternehmen, die den Regulierungen des Kapitalmarkts unterliegen, als auch für Unternehmen des internationalen Mittelstands aktiv. Wir kennen also den feinen Unterschied und sind so in der Lage, passgenau maßgeschneiderte Lösungen für Sie, für unsere Kunden und mit unseren Kunden zu entwickeln. Wir tun das mit einem zentralen Ansprechpartner und stellen damit sicher, dass Sie vor Ort in einem Gespräch unsere weltweite Leistungsfähigkeit dort zum Einsatz bekommen, wo Sie uns brauchen. Speziell in den deutschsprachigen Ländern ist es mir dabei besonders wichtig, dass wir ein hohes Maß an Beratungskompetenz für Sie parat haben. Denn schließlich stellen Sie hier die Weichen, damit Sie weltweit mit Ihren Risiken umgehen können und Sie idealerweise mit unserer Unterstützung in angemessener Art und Weise vermeiden. In den von mir verantworteten beiden Büros in Frankfurt und Berlin sind drei Sachen besonders wichtig. Zum Ersten Responsivität. Wir reagieren schnell, zügig, umgehend auf Ihre Anfragen. Zweitens Zuverlässigkeit. Wir sind da für Sie, wenn Sie uns brauchen. Und drittens Relevanz. Wir fokussieren uns auf das für Sie Wesentliche. Ich wünsche Ihnen nun für alle weiteren Details viel Spaß bei der Lektüre unserer neuen Website und wenn Sie Fragen haben, Sie finden dort die E-Mail-Adresse eingeblendet, unter der Sie uns erreichen. Wir sind gerne für Sie ansprechbar.